Die überraschende Kandidatur Ursula von der Leyen für das Amt der Kommissionspräsidentin in Brüssel schlägt natürlich auch in Berlin sofort hohe Wellen. Zum einen in der Koalition aus SPD und Union. Die SPD ist alles andere als amüsiert. Ihr Kandidat für den Kommissionsposten Timmermans wird nun Vizepräsident der Kommission bleiben. Das ist natürlich ein hoher Posten, aber nicht das, was er angestrebt hat. Ansonsten ist so furchtbar viel für die SPD nicht im Topf. Sie hat gleich Proteste angemeldet. Doch noch ein zweites Problemfeld tut sich auf und das ist die Union selber, die sich ja im letzten Jahr wahnsinnig verkracht hatte über die Flüchtlingspolitik. Jetzt ist die CSU natürlich sauer, dass ihr Kandidat Manfred Weber auch zunächst einmal nichts wird und günstigstenfalls in zweieinhalb Jahren Vizepräsident des Europäischen Parlamentes. Das ist weit weniger, als er und seine Partei sich erhofft hatten. Aber auch die Kandidatin selbst wird vorsichtig sein beim Jubeln, denn sie kann nicht vergessen haben, dass sie ja schon einmal fast etwas ganz Großes geworden wäre, nämlich Bundespräsidentin nach dem Rücktritt von Horst Köhler. Und damals hatte sie sich eingebildet, Angela Merkel wolle, dass sie das Amt übernehme. Bekanntlich hat Merkel das nicht gewollt. Bekanntlich ist von der Leyen es nicht geworden. Bekanntlich ist das Amt übernehme. 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 Bekanntlich ist das Amt übernehme.